Ganz abgesehen vom Wahrheitsgehalt hätte ein Finanzminister Scholz, der sich in Sachen Cum-Ex als transparenter Aufklärer geriert, die Treffen natürlich auch ohne Nachfrage einräumen müssen, wenn er glaubwürdig sein will. Florian Toncar bringt es schließlich auf den Punkt. In beiden Sitzungen wurde nach weiteren Gesprächen mit Oliarius gefragt. Scholz hat geantwortet, ohne die Treffen 2016 zu erwähnen. Warum hätte man dann nochmal Nachfragen nachhaken sollen? Muss ich jetzt immer nach einer Antwort von Scholz nachfragen, ob er sich sicher ist? Mittwoch, 9. September 2020 Olaf Scholz muss im Bundestag zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Gleich dreimal steht die Causa heute auf der Tagesordnung. Los geht es mit dem Finanzausschuss. Innerhalb von sechs Monaten muss er sich dort zum dritten Mal zu Warburg äußern. Die Stimmung ist gereizter als im Juli. Nicht nur die drei Oppositionsabgeordneten sind sauer, auch beim Koalitionspartner ist man irritiert. Wir haben es nicht sehr gerne, wenn man uns die Wahrheit verschweigt, sagt CSU-Finanzexperte Hans Michelbach am Rand der Sitzung in die Fernsehkameras. Das Gremium tagt seit 9 Uhr, wie immer nicht öffentlich, aber nicht VS-vertraulich. Scholz soll um 10.30 Uhr erscheinen. Das Medieninteresse ist groß und Steffen Hebestreit etwas früher gekommen. Er wartet vor dem Eingang auf seinen Chef und versorgt die Journalisten mit Infohäppchen. Wolfgang Schmidt ist auch schon da. Er hält sich im Saal auf. Einige Abgeordnete wundern sich, eigentlich ist Schmidt als Staatssekretär gar nicht zuständig. Die Steuerabteilung verantwortet Rolf Bösinger. Dieser Paus kommt kurz raus und erklärt den Journalisten, warum sie sich von Scholz belogen fühlt und warum die von Schmidt angezettelte Kampagne, sie habe nicht offen nachgefragt im Ausschuss, ins Leere läuft. Hebestreit steht daneben.